Herzlich willkommen bei LeseKids. LeseKids ist ein gemeinsames und interdisziplinäres Projekt vom Institut für Schulentwicklungsforschung der TU Dortmund und der Goethe-Universität Frankfurt, gefördert durch die Vodafone Stiftung. Es verfolgt das Ziel, die Lese- und Programmierkompetenz von Grundschulkindern durch ein innovatives und evidenzbasiertes Lesetrainingsprogramm zu steigern. Das Programm nutzt KI. Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selbst über die Textinhalte und passen ihre KI generierten Geschichten an ihre individuellen Interessen an. Die Geschichten bauen zudem auf dem Leseniveau des jeweiligen Kindes auf. Wir stellen uns mit diesem Projekt die Frage, ob der Einsatz von personalisierten Geschichten einen positiven Effekt auf das Interesse am Lesen und den nachhaltigen Lesekompetenzzuwachs der Kinder hat. LeseKids wird zusammen mit ihnen und mit Kindern der vierten Jahrgangsstufe aus Hessen und Nordrhein-Westfalen in einer Pilotstudie in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase werden die Geschichten mithilfe von KI über unsere Lernplattform erstellt und mit unterschiedlichen Lesestrategien bearbeitet. In einer zweiten Phase werden die Lesegeschichten von den Kindern mithilfe einer spielerischen 3D-Programmierumgebung in eigene niedrigschwellige Filmsequenzen programmiert. Die Ergebnisse werden gemeinsam auf einem kleinen virtuellen Filmfestival präsentiert. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse. Kontaktieren Sie uns bei weiteren Fragen gerne über den QR-Code.